Hallo ihr Lieben, ich bin Wedi und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe für euch heute eine 10-minütige Yoga-Sequenz mitgebracht, die euch dabei helfen soll, Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich gegenzuwirken. Also gerade wenn ihr vielleicht eine sitzende Tätigkeit am Schreibtisch ausübt oder wenn ihr zu Spannungskopfschmerzen neigt oder einfach zwischendurch mal eine aktive Pause einschieben möchtet, dann werden euch diese 10 Minuten zugute kommen. Und das Schöne ist, ihr könnt sie auch wirklich einfach im Büro machen oder wenn ihr Wartezeiten überbrücken möchtet, ganz einfach sitzend auf dem Stuhl. Also ihr braucht keinerlei Hilfsmittel. Wenn ihr sie wie ich auf dem Boden sitzend macht, dann könnt ihr euch gerne einen Yoga-Klotz oder einen Bolster zur Hilfe nehmen, um euch leicht erhöht zu sitzen. Wenn ihr wisst, ihr könnt nicht so aufrecht sitzen. Ja, und dann würde ich sagen, viel Spaß, gute Entspannung. Bis gleich. Finde eine bequeme Position im Sitzen, gerne den Schneidersitz. Richte dich in jedem Fall gut auf, kreiere Länge in der Wirbelsäule, entspann die Schultern und lass die Gesichtszüge weich werden. Lass uns beginnen. Mit der nächsten Einatmung roll die Schultern hoch zu den Ohren und mit der Ausatmung über hinten und unten sinken lassen. Noch zweimal so ganz großzügig mit der Einatmung Schultern über vorne nach oben und mit der Ausatmung über hinten und unten sinken lassen. Noch einmal so mit der Einatmung Schultern über vorne nach oben und mit der Ausatmung über hinten tief nach unten sinken lassen. Achtung, mit der nächsten Einatmung zieh die Schultern hoch zu den Ohren, baue Spannung auf, halte und mit der Ausatmung lass los. Noch einmal, genau so mit der Einatmung, zieh die Schultern nach oben zu den Ohren, halte, 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 halte und mit der Ausatmung lass los. Wunderbar. Von hier aus verschränke die Hände hinter deinem Kopf, finde nochmal Länge in der Wirbelsäule. Dann atme tief ein hier und mit der Ausatmung lass deinen Kinn Richtung Brustbein sinken und zieh die Ellbogen spitzen sanft zueinander. Gern die Augen schließen, um hier wirklich ins Spüren und Wahrnehmen zu kommen. Den Atem vertiefen. Schick deinen Atem in die Rückseite deines Körpers. Entspann den Kiefer. Und dann zieh nicht am Kopf, sondern lass deine Hände einfach nur schwer aufliegen und die Schwerkraft die Arbeit übernehmen. Behalte dabei unbedingt die Länge und Aufrichtung in deinem Oberkörper und erde dich über deine Sitzbeinhöcker in den Boden. Achtung, mit der nächsten Einatmung richte den Oberkörper auf, zieh die Ellbogen spitzen auseinander, heb den Blick. Mit der Ausatmung mach dich ganz klein und rund und murmel dich hier richtig ein. Noch zweimal so mit der Einatmung. Roll auf, öffne dich, Brust und Herz heben, Ellbogen spitzen ziehen auseinander und ausatmen, wieder einrollen, ganz rund und klein werden. Letztes Mal so mit der Einatmung. Roll auf, ganz achtsam, schieb dein Brustbein nach vorn und oben, öffne dich und ausatmen. Letztes Mal ganz klein und rund werden. Nächste Einatmung, roll auf und löse die Hände. Von hier aus rolle einmal deinen Kopf in halben Kreisen über hinten von einer zur anderen Seite. Ganz langsam von links nach rechts, von rechts nach links. Lass deinen Kopf dabei ganz schwer werden. Lass die Wangen weich werden und den Kiefer los. Und wenn du magst und es sich für dich gut anfühlt, dann mach die halben Kreise über vorne. Auch hier ganz genüsslich von einer zur anderen Seite. Dein Kopf ist ganz schwer. Deine Stirn und der Punkt zwischen den Augenbrauen vollkommen entspannt. Und dann pendel dich langsam wieder ein. Prima. Verschränke nun deine Hände hinter deinem unteren Rücken. Mach eine Faust und bring die Handflächen so gut du kannst zueinander. Und dann zieh die Arme nach hinten, schieb dein Brustbein nach vorn und oben und hebe leicht deinen Blick. Und dann atme tief in die Fülle und Weite deines Brustraumes ein. Und atme vollständig aus. Gib alle Anspannung ab. Sehr gut. Von hier aus bring deine verschränkten Hände einmal rüber zur rechten Seite, dass du, wenn du runter schaust, deine Faust siehst. Und dann lass dein rechtes Ohr zur rechten Schulter sinken und spüre die intensive Dehnung im Schulter- und Nackenbereich auf der linken Seite. Schick deinen Atem in die Bereiche deines Körpers, die sich eng anfühlen und achte wirklich darauf, dass du nirgends gegenhältst. Erlaube deinem Kopf ganz schwer zu werden. Lass los. Und wenn du die Dehnung intensivieren möchtest, dann dreh deinen Kopf ganz vorsichtig zur rechten Seite und zieh deine linke Schulter tendenziell etwas mehr Richtung Boden. Spür den Unterschied. Noch ein Atemzug in deiner Variante. Wenn du den Blick nach unten hattest, dreh den Blick wieder nach vorn. Heb deinen Kopf und dann wechsel sanft die Seiten. Bring die Faust zur linken Seite und dann verschränke deine Hände jetzt mal einen Finger weiter, dass sich der andere Daumen oben befindet. Ich weiß, es fühlt sich am Anfang sehr ungewohnt an, aber du wirst dich gleich dran gewöhnen. Zudem schult es unsere Aufmerksamkeit und Wahrnehmung für den eigenen Körper. Lass dein linkes Ohr zur linken Schulter sinken. Lass deinen Kopf schwer werden. Spür die intensive Dehnung im Schulter- und Nackenbereich auf der rechten Seite und vertiefe deinen Atem. Stell dir vor, du kannst mit deinem tiefen, bewussten Atem deinen Körper erforschen und Platz von innen erschaffen für Heilung und für Entspannung. Lass den Kopf schwer hängen. Und wenn du mehr willst und die Dehnung intensivieren möchtest, dann richte deinen Blick ganz achtsam zur linken Seite und schau, wie weit du deinen Kopf drehen kannst. Schau, dass es sich für dich gut anfühlt, dass du eine angenehme Dehnung spürst. Lass deine rechte Schulter tendenziell schwer nach unten Richtung Boden sinken und bleibe noch vor einem ganz tiefen Atemzug hier. Tief ein und aus. Wenn dein Blick nach unten gerichtet ist, dann langsam den Kopf wieder drehen und allmählich wieder aufrichten. Hände lösen und gern mal die Handgelenke kreisen. Erst in die eine Richtung, dann in die andere beziehungsweise einfach intuitiv die Bewegung machen, die du jetzt brauchst, um alles wieder zu neutralisieren. Für eine abschließende kurze Drehung im Sitzen hebe mit der nächsten Einatmung deine Arme über die Seiten nach oben. Ausatmen, dreh dich auf zur rechten Seite. Einatmen, finde Länge in der Wirbelsäule und ausatmen, rotiere ein kleines Stück weiter auf nach rechts. Kopf bleibt mittig über dem Brustbein ausgerichtet. Nächste Einatmung, komm zurück zur Mitte und ausatmen, dreh auf nach links. Einschieb die Schaltkrone nach oben, werde ganz groß. Aus, ein kleines Stückchen weiter aufdrehen, nach links, Nabel ranziehen. Nächste Einatmung, komm zurück zur Mitte, Arme nochmal nach oben und ausatmen, bring die Hände vors Herz. Dann senk den Blick, verneig dich vor dir selbst, schenk dir ein Lächeln von innen und außen. Heb den Blick. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für dein Vertrauen. Namaste. So ihr Lieben, ich hoffe es hat euch gefallen, ich hoffe es hat euch gut getan und ihr spürt schon jetzt eine leichte Veränderung. Ihr könnt diese Einat wirklich regelmäßig absolvieren und wenn ihr ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung habt, gerne auch die 20 Minuten Einheit für den Schulter- und Nackenbereich, ich verlinke sie euch hier oben. Ja und dann vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst und dann sehen wir uns ganz bald wieder auf der Yogamatte. Macht's gut, bye bye.